Niko Hofmacher, Regen-Zahnball David Benic, Regen-Zahnball Lina Janvian, Regen-Zahnball Dian Ramic, Regen-Zahnball Liam Pfeffer, Regen-Zahnball Fabio Recher, Regen-Zahnball Wir wollen vom 26. bis 30. bis Dezember 2013 nach Schweden Dieses Turnier bedeutet für uns Gemeinschaft Internationale Spiele Spaß und Freude Das erste Mal in Schweden Das größte Heuerhandballturnier der Welt Ein unvergessliches Erlebnis für meine Mannschaft Regen-Zahnbund It's alive, it's pumping blood It's your heart It's alive, it's pumping blood Yes! In a hot, wild world, it's whistling half-end All right! Give up this game